Servus Leute! Herzlich Willkommen! Wir spielen wieder mal ein bisschen, ja, mein erstes Mal. Ich habe jetzt hier die ganzen Waffen freigeschaltet und jetzt hat es mich schon die ganze Zeit gekitzelt, die halt nicht mal anzuzocken. Wir sind auf einem Pistol-Only-Server. Wir spielen mit der 39R. Diese Waffe habe ich schon damals gehasst bei Battlefield 3. Ja, mit dieser Waffe kannst du gar nichts. Hier nochmal ein schönes Kammer drauf gehauen. Ich werde absolut verkacken. Verkacken werde ich hier, weil ich mag diese Waffe nicht. Ist ja eigentlich eine M9, kann man sagen. Ja, nur, dass die halt ein bisschen mehr verballert, ne? Die hat halt eben hier so Schnellfeuerdingens. Guckt mal, ja? Die kann so zwei Scheibeln auf einmal schießen. Aber vom Design her ist die halt eigentlich eine M9, ja? Die könnt mich auch gerne berichtigen, falls ich hier Scheiße baue. Für mich sieht das aus mit einer M9, die halt einfach so einen Doppelschuss machen kann. Jawohl, wenigstens einen schon mal gekillt hier. Die schießt nämlich zwei Seilme auf einmal. Ich glaube, dass die bei Battlefield 3 mehr geballert hat. Ja, gleich noch einer Wischung. Ich habe jetzt schon keine M9 mehr. Das ist natürlich super. Ich werde jetzt hier schnell auf... Ah, ja, he, he, he. Nix mit aufheben hier, ne? Nix mit aufheben hier. Ich wollte schnell aufheben und weiterballern mit irgendeiner Waffe, die mir da jetzt in die Hand kommt. Aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ähm, ich werde jetzt hier mal ganz kurz zum Support wechseln, um mir selber natürlich ein bisschen Muni zu geben, bevor das hier nämlich, äh, ja, gleich ausgeht. Das geht natürlich nicht. Na, die... Diese Waffe ist eigentlich nichts für mich. Na, die M9 ist geil. Na, aber diese ist nichts für mich. Wir werden uns jetzt hier nochmal... Ich mache das ja immer live, ne? Ich tue mich ja nicht vorbereiten, gell? Ich schieße nie mit den Waffen davor und ich hole mir auch keine Infos, weil das ist mir wurscht. So. Deswegen werde ich das jetzt gleich mal so ein bisschen mit der M9 selber vergleichen. Oder sind wir... Habe ich eine Flashbang oder habe ich Granaten? Ich weiß es gerade nicht. Wenn ich Granaten habe, dann, ja, da haben sie Pech gehabt. Und Sterbenshalter werde ich halt hier getötet. So, noch einen erwischt. Ich habe jetzt auch... Ich habe jetzt auch meine Sensitivität ein bisschen erhöht, damit ich besser spielen kann. Damit ich ein bisschen besser treffe. Und das funktioniert jetzt um einiges besser bei mir. Na, den haben wir auch erwischt. Wunderbar. So, hauen wir ein bisschen Wunder hin. Oh, 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 hier wurde ich penetriert, du Arschloch, du Scherch, heißt du. Was schloss mit dir, ey? Arschloch, du nicht gelernt, du, du. Jetzt kommt wieder mein Asi raus. Sagen wir, Leute. Ab und zu kommt mein Asi raus, weißt du. So, ganz kurz mal hier vergleichen. So, sie hatten 20 Magazin. Rate of Fire 1100. Und Damage und so. Hm, okay. Ja, die hat halt fünf mehr. Im Magazin hat auch einen anderen Ammo-Type und er hat den gleichen Ammo-Type. Ja, die Fire Raid ist halt natürlich, ja, um einiges höher vom Design her ist die eigentlich gleich. Nur, dass die halt vorne so ein Ding dran hat. Ja, ist ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, die gleiche Firma. Ich bin ja keiner, der sich jetzt hier mit irgendwelchen Statistiken und Informationen da auseinandersetzt. Woher diese fucking Waffe kommt, habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß es ja, das ist eine Beretta, die kommt aus Italien. Ich bin ja auch ein kleiner Pistolen-Freak. Ich liebe Pistolen. Ohne Scheiße, ich liebe Pistolen. Wenn ich hier, ich überlege mir eh schon die ganze Zeit, mir einen Waffenschein zu holen und mir selber mal so eine Pistole zu holen. Aber weil ich ja psychisch nicht ganz da bin, glaube ich nicht, dass die Ärzte und Psychologen mir das hier irgendwie gut heißen werden, dass ich eine Pistole habe. So, noch einen Headshot verpasst hier. Ich gleich nochmal hier eine Flash, da kommt nämlich einer. Leute, Flash-Grenades ist hier bei Pistole-Only. Das geilste. Fucking Shit, ey. Auch im richtigen, auch im normalen Spiel, das werde ich euch mal zeigen, weil ich mal ein Video mache. Wie geil man mit Flash-Grenades fünf, sechs auf einmal töten kann. Wenn man genau weiß, okay, die stehen jetzt da hinterm Eck, dann wirfst du zwei Flashes rein. Alle sind blind, rennst rein, rotzt sie alle um und ja, ist super gegangen. Ich habe mich echt geärgert, dass ich das nicht aufgenommen habe und genau so eine Situation hatte ich vor ein paar Tagen. Da bin ich reingerannt, habe fünf, sechs auf einmal weggerotzt mit der Flash. Die haben nicht gewusst, was passiert, den letzten noch gemessen hat. Das war einfach geil. Und ich habe sie nicht aufgenommen, ich penne, weil ich gedacht habe, da kommt ja eh nichts Gutes bei raus. Jetzt wollte ich mich da hinten noch so ein bisschen verstecken und den wegholen und dann vielleicht warten, dass ich ein paar spawnen. Habe ich leider nicht geschafft. Shit happens every day in your pants, you shit. And the shit doesn't go away. Was sieht los mit mir? Als ob ich Drogen nehmen würde. Als ob ich, manchmal denke ich mir wirklich, ob ich vielleicht irgendwie unabsichtlich Drogen nehme. Ich weiß nicht. Da hast du den Moni, du Arschloch. So. Ja, läuft ja. Läuft ja. Läuft ja eigentlich ganz gut hier mit dem M9. Ne, M39R oder M39R. Ich habe keine Ahnung, ey. Aber ich weiß nur, dass ich diese Waffe eigentlich nicht mag. Aber auf alle Fälle besser als die G18, das muss man schon mal sagen, ey. Oh, da kommt ihr Schwein von der Seite da mit der Compact 45. Witzig. Meine Fräse, du Arschloch, du Scheiße. Weißt du, da fang ich gut an. Da fängst du gut an, ey. Und dann brauchst du dir wieder Kacke, ne? Dann wird dich voll beschissen hier. So, aber da ist es auch wirklich behindert reinzulaufen, ja. Weil die warten da, du siehst nicht richtig rein und so. Auf dieser Map ist natürlich das immer ein bisschen scheiße, wenn du nicht drin bist. Jetzt wirft dir hier noch so eine Feuer-Scheiß-Dinge, du blöderes Arschloch, du. So, man hat dir das erlaubt. Da hinten ist doch einer. Da, 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 da. Oh, oh, Suppressionist. Nein, ich hau ab. Ich hau ab. Mir wird das hier, mir ist ja zu viel. Ich meine, ich kann auch von hinten kommen. Oh, der ist schon tot. Ja, noch ein Headshot. Wie ihr seht, ich kann um einiges besser ziehen mittlerweile, weil ich die Sensitivität einfach erhöht habe. Ja, ich kann hier besser laufen, ich kann besser schießen. Ist super geil. Ich habe da lange herumexperimentiert, bis ich meine richtige Sensitivität gefunden habe. Endeavor war es einfach viel zu wenig. Einfach viel zu wenig war es davor. Aber jetzt geht's. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt finde ich mir ein bisschen besser. Ich bin ja sowieso kein Mega-Pro-Gamer, ne? Aber ich bin besser als sonst. Ich habe da auch wirklich lange gebraucht, bis ich das gefunden habe. So, hier haben wir ein paar Flashes reingehauen, zu dir. Hu, ein Tee! Komm dir her. Ich bin der Barbo, ey. Komm her. Wo seid ihr denn? Da ist er. Ja, komm, 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 komm. Jawohl. Weggeholt hier und schon die Flashlight freigeschalten. Und da ist noch einer. Ja, ja, wirf nur deine... Ah, wirf nur deine fucking Flares hier rein, du Arsch. So, dass man nichts sieht. Das ist auch sehr gut hier bei Pistol ohne Schau. Da sieht er gar nichts. Da siehst du echt nichts. Das ist auch super für ein Camper. Oh, oh, oh. Arschloch. Count as Kill, Mann. Ich wollte ihn töten. Oh, was ist jetzt das? Wieso bin ich jetzt gestorben? Bin ich einfach rumgefallen? Ich wurde gepannt. Habe ich jemanden geteamkilled? Ich habe jemanden geteamkilled? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, da oben sind wieder welche. Ich weiß nicht, ob ich die Treffelkant von da. Jetzt wurde ich weggesnipet. Alter, du Wichser wirst gepanischt. Und so, ey. Nicht, dass er snipet, sondern auch noch mich teamkillt. Weißt? Snipen und teamkillen. Und den da oben, den hole ich mir. Den da oben, den hole ich mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Der ist noch rübergehauen. Ich hoffe, du verweckst an der Flash. Yes, und gemessert, bitches. Habt ihr was gesehen? Wurscht, ich habe drei erledigt. Ah, ne, warte mal. Ich glaube, einer hat sich... Oh, das ist Täuschmig, ist auch da. Mein Nachbar. Servus. Bist live in der Aufbahname, Herr Nachbar. Wo ist er, die Sau? Da. Ich habe dich doch geflasht, du Wichser. Ich habe dich doch geflasht. Wie kannst du leben, ey? Wie kannst du leben, wenn ich dich flasche? Alter, hat er nicht in die Flash geschaut, oder was? Wie kann er es wagen, nicht in die Flash reinzusehen, weißt? Wie kann er das wagen, ey? Das ist nicht legitim, ey. Habe ich mich informiert, denn haben sie das gesperrt, haben sie das, die Schweine. Ah, gefisstet, du Arschloch. Ah, scheiße. Was, ich wurde schon wieder geteamt. Alter, was ist denn los mit euch? Warum müsst ihr den Überking dauernd Team killen? Warum müsst ihr den Überking dauernd Team killen? Wer soll der Scheiß? Wegen mir gewinnt ihr. Ah ja, bam. Noch eine Flash rein, obwohl ich da eh nichts sehe. Ich balle einfach mal. Oh, da drüben war noch einer. Mit einem Flashlight. Flashlights sind super. Flashlight und Flashlight. Da gibt es zwei verschiedene. Könnt ihr mal googlen, ne? Da gibt es zwei verschiedene Sachen. Beide super. Ich renne jetzt einfach durch. Einfach durch hier. Oh, das war natürlich scheiße. Ich renne einfach durch. Schau, was passiert. Warum nicht? Natürlich eine sehr dumme Aktion von mir. Ne, aber da sind wir ja gewohnt. Da sind wir ja gewohnt hier. Das ist voll normal. Oder draußen ballern wieder welche. Ich schau mal, ob ich wieder mal... Oh, da, da, da. Ich habe schon gesehen. Warum mit den Hundzorn habe ich schon gesehen? Komm her. Komm her. Wie kannst du das wagen, auf mein Team zu schießen? Ich habe nichts gesehen. Aber ich habe Suppression Assist. Okay, immerhin. Aber was denn du jetzt? Das sind ja sowieso die Besten. Was hat denn der gehabt? Der hat doch... 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 Mit der Dow hat er uns erwischt. Wird er dafür nicht gekickt, die Sau. Ist das vielleicht sogar so ein Admin, der hier seinen Spaß sich erlaubt, mit der Dow auf andere zu schießen? Bist du so ein Pädophiler? Ach, ne, nicht Pädophiler. Wie nennt man die? Sadomist? Ne, nicht Sadomist. Pazifist. Ne, sind sie auch nicht. Ich wüsste schon, was ich meine. Ne? Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Fuck, fuck, fuck. Ah! Wie konnte ich denn das jetzt wirklich versauen, ey? Das war ja brutal. Das war brutal, ey. Das war heftig. Ich gehe jetzt mal wieder... Ich gehe jetzt mal wieder auf Einzelschuss hier. Einzelschuss ist besser, weil dann spielt sich das Ganze eigentlich wie nur im 9. Mit dem 9 komme ich klar. Wo war denn der jetzt? Was soll denn der Scheiß? Ja, hier läuft auch einer rum mit der Dauer 12, der einen Parade tötet und nicht gekickt wird dafür. Aber ist so ein scheiß VIP-Wichser. Ist wahrscheinlich gehört denn das selber? Soll sich hier aufhängen, der Penner. Und die Menschen gehören einfach weg. Ich mache mit Flasch runtergehauen, bevor ich runtergehe. Ah, da ist eh jemand. Brauche ich eigentlich nicht. War jetzt umsonst. Da war von kommen umsonst, ne? Fuck, das geht nicht durch. Warum geht das nicht durch? Ah, jetzt schreibe ich am Ende nochmal von der G18. Super geil. Super geil. Super geil. Du bist super geil. Wie du das immerhin bekommst. Power Gaming. Das ist eine geile Frisur. Super geil. Ich hasse hier diese Orte. Naja, wenigstens noch gewonnen. Ich wurde schon wieder geteamt. Am Ende. Ihr seid wirklich absolute Arschlöcher. Hier gibt es noch einen Punish am Ende. Ist mir scheißegal. Bist gepanischt, du Wichser. Und ja, das war mein erstes Mal mit der 39R. Hoffen, es hat euch gefallen. Ist keine so schlechte Waffe. Ich bin ja gar nicht mal so abgekackt, ne? Wie ich normalerweise gewohnt bin abzukacken. 15-15 ist stabil, ne? Dafür, dass ich das erste Mal mit dieser Waffe gestossen habe, ja? Gut, ich spiele jetzt noch ein Rücken. Und wir sehen uns dann später. Haut rein. Ciao.